Heute schauen wir uns mal wieder ein Notebook an und zwar für mich das erste Modell mit einer mobilen AMD Ryzen CPU. Es geht um das neue Omen 15 von HP mit dem Ryzen 7 4800H, der RTX 2060 und einer generell guten Ausstattung. Dieses Video wurde von HP und Nvidia unterstützt, was aber natürlich keinen Einfluss auf die Inhalte bzw. Testergebnisse hat. Außerdem führt es dazu, dass ihr dieses Notebook am Ende gewinnen könnt, aber dazu später mehr. Wir fangen jetzt erstmal an. Viel Spaß dabei! Das Notebook kommt in einer recht minimalistischen Verpackung zu euch, die neben dem Gerät ein bisschen Papierkram und noch ein zweiteiliges Netzteil beinhaltet. Letzteres hat eine relativ normale Größe, wirkt durch die abgerundeten Kanten, aber nicht so klobig, wie das sonst oft der Fall ist. Das neue Design der HP-Geräte gefällt mir ziemlich gut, weil es einfach irgendwie erwachsener aussieht, klare Formen und ein schlichter, aber eleganter Look. Die Oberfläche besteht größtenteils aus mattem Kunststoff mit einer optisch ganz feinen Struktur, die man aber nicht fühlen kann. Im Griffbereich wird außerdem auf Aluminium gesetzt. Besonders cool finde ich das Logo auf dem Deckel, das je nach Blickwinkel eine etwas andere Färbung annimmt und häufig wie beleuchtet wirkt, weil es das Umgebungslicht leicht reflektiert. Mit einem Gewicht von 2,37 Kilogramm ist das Gerät zwar kein Leichtgewicht, aber auch nicht übermäßig schwer. Unter der Haube steckt wie gesagt ein Ryzen 7 4800H und da bin ich sehr gespannt drauf. Die CPU hat 8 Kerne, 16 Threads und einen Grundtakt von 2,9 GHz sowie einen Boost auf bis zu 4,2 GHz. Dazu gibt es 16 GB RAM mit 3200 MHz, was ich schon mal sehr gut finde, denn häufig kommt in solchen Geräten lediglich 2400 oder 2666 MHz RAM zum Einsatz und da bleibt durchaus Leistung liegen. Dann haben wir noch eine 1 TB große NVMe SSD und natürlich die ebenfalls schon genannte RTX 2060 mit 6 GB Videospeicher. Über den VRAM kann man sicherlich streiten, das war ja auch schon oft genug Thema, aber da wir hier ein Full HD Notebook haben, stellt das in meinen Augen absolut kein Problem dar und die Performance der Karte ist durchaus gut, was wir uns natürlich gleich noch anschauen werden. Das Display ist 15,6 Zoll groß, setzt auf ein IPS Panel und bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Die Farbdarstellung ist wirklich gut, an der Helligkeit gibt es auch nichts auszusetzen und die Blickwinkelstabilität ist IPS typisch echt super. Generell muss ich sagen, dass die Notebook Panels in den letzten Jahren stark verbessert wurden, sodass selbst Full HD überraschend gut aussieht. Natürlich nicht gleich wie Ultra HD, das ist ja klar, aber die Entwicklung ist definitiv gut, hatte ich bei den letzten beiden Laptop-Tests ja auch bereits angemerkt. Die Tastatur hat einen Notebook-typischen Druckpunkt und man kann angenehm darauf schreiben. Die Hintergrundbeleuchtung ist schön hell sowie gleichmäßig, hier seid ihr allerdings auf die Farbe weiß festgelegt, sprich es gibt keine RGB-Beleuchtung. Finde ich persönlich nicht so schlimm, weil ich mir sowieso immer eine feste Farbe einstelle und weiß ist da auch meiner Meinung nach die beste einzelne Farbe, für die man sich hätte entscheiden können. Das Touchpad ist ziemlich groß und ermöglicht eine präzise Steuerung. Auch für Multitouch-Gesten ist mehr als genug Platz und die beiden Tasten am unteren Rand haben erneut einen angenehmen Druckpunkt, ohne bei der Betätigung übermäßig laut zu klicken. An der linken Seite befinden sich der Port für das Netzteil, ein LAN-Anschluss, einmal USB 3.1, HDMI, eine kombinierte Klinkenbuchse für Mikrofon und Kopfhörer und zu guter Letzt ein SD-Kartenlaser. Auf der rechten Seite gibt es dann noch zwei weitere USB-A-Anschlüsse, einen Mini-Displayport und außerdem noch USB-Typ C. Abgerundet wird das Ganze durch AC-WLAN und Bluetooth 5.0. Ich finde das ist ein sehr stimmiges Anschlusskonzept, das kaum Wünsche offen lassen dürfte. Vorinstalliert sind zwei bis drei Programme, wie zum Beispiel das HP Command Center. Hier kann man seine Spiele verwalten, Temperaturen und Auslastungen einsehen, verschiedene Leistungsmodi wählen und auch Einfluss auf die Lüftersteuerung nehmen. Insgesamt auf jeden Fall eine schicke und hilfreiche Software. Damit kommen wir nun mal zur Leistung und fangen mit Cinebench R15 an. Im Multicore bin ich auf 1972 Punkte gekommen, was absolut beeindruckend für eine mobile CPU ist. Das ist tatsächlich ungefähr das Niveau von einem Desktop Ryzen 7 3700X oder auch einem i9-9900K. Lediglich im Single-Core-Test liegt man etwas unter den Desktop-CPUs, hier sind 187 Punkte herausgekommen. Bei Cinebench R20 zeigt sich das identische Bild. Der Multicore-Wert ist mit 4635 Punkten erneut unglaublich hoch, während 481 Punkte im Single-Core-Benchmark recht durchschnittlich sind. 3DMark Firestrike hat ein Gesamtergebnis von 15.551 Punkten sowie einen Grafik-Score von über 16.700 ausgespuckt. Damit ist das Notebook besser als 73% aller getesteten Geräte aus der Datenbank und auch ein ganzes Stück schneller als das Gaming Notebook 2020, welches ebenfalls auf eine RTX 2060 setzt. Bei 3DMark Timespy bin ich auf 6675 Punkte gekommen, womit wir uns im Vergleich ebenfalls vor dem Datenbank-Notebook platzieren. Auch den Port Royal-Test habe ich mal gemacht, womit man die Raytracing-Leistung messen kann und da sind es 3600 Punkte geworden. Damit liegen wir eher am unteren Ende, was natürlich aber auch nur logisch ist, da die RTX 2060 nun mal keine 2080 Ti oder gar 3000er Karte ist. Es ist und bleibt ein Einsteigermodell in die Raytracing-Welt. Weiter geht es mit Shadow of the Tomb Raider, wo ich direkt mal das Ultra-Hoch-Preset ausgewählt habe. Wir kommen auf durchschnittlich 73 FPS sowie mindestens 64 Bilder pro Sekunde. Wenn man bedenkt, wie aufwendig das Spiel ist, ist das auf jeden Fall ein guter Wert. Dann habe ich Raytracing mal auf Mittel dazu geschaltet und DLSS aktiviert, womit wir immer noch auf 67 FPS im Durchschnitt und mindestens 53 FPS kommen. Das ist also absolut gut spielbar. Auch PUBG habe ich getestet und da sehen die FPS-Raten echt gut aus. Zwar schwanken die Werte immer recht stark, was für dieses Spiel typisch ist, aber durchschnittlich kann man bei höchsten Einstellungen mit ca. 80 bis 100 FPS rechnen. Drops gehen in Richtung 70 bis 65 FPS, aber eigentlich nicht darunter. Und zu guter Letzt darf natürlich der Toaster-Test mit CSGO nicht fehlen. Hier liegen wir, wie es zu erwarten war, zu eigentlich jeder Zeit deutlich über der Herzrate unseres Monitors, sprich wir haben konstant über 144 FPS. Dass ein Notebook unter Last nicht komplett lautlos arbeitet, ist ja absolut klar, vor allem bei aufwendigen Dingen wie Gaming und durch das relativ schlanke Design war ich da durchaus skeptisch. Nicht ganz unbegründet, wie sich herausgestellt hat, aber dramatisch laut ist das Gerät wiederum auch nicht. Im Desktop-Betrieb hört man oft absolut gar nichts, da sich die Lüfter erst ab einer bestimmten Temperatur anschalten und selbst wenn sie das tun, nimmt man nur ein recht leises Rauschen wahr. Die RTX 2060 aktiviert sich erst bei aufwendigeren Dingen, ansonsten wird die AMD-Grafikeinheit verwendet, was eine ziemlich effiziente Sache ist. Beim Gaming dreht das Notebook nicht gleich turbinenartig auf, ist aber doch deutlich wahrnehmbar. Solange die CPU nicht in Richtung 80 Grad kommt, geht das alles noch absolut klar, bei CPU-intensiven Anwendungen wird es aber dann ein gutes Stück lauter. Wie eben gesagt, finde ich das nicht allzu dramatisch und ich habe auch schon lautere Notebooks getestet, aber es soll natürlich erwähnt sein. Nach einem langen Gaming-Test wurde die CPU maximal 83 Grad warm, aber der durchschnittliche Wert liegt mit 70 bis 74 Grad weit darunter. Selbst bei Cinebench R20 geht es nicht über 84 Grad hinaus, was für diese Leistungsklasse in einem Notebook beeindruckend gut ist. Beeindruckend gut ist übrigens auch die Temperatur der RTX 2060, die einfach nicht über 67 bis 68 Grad hinaus wollte. Die Akkulaufzeit wird von HP mit bis zu 12,5 Stunden angegeben, was ein überdurchschnittlicher Wert für so ein Notebook ist. Das bezieht sich natürlich nicht annähernd auf Gaming, das sollte klar sein, aber insgesamt machte der Akku einen guten Eindruck und sehr praktisch ist auch die Schnellladefunktion, mit der man das ausgeschaltete Notebook in nur 45 Minuten auf 50% aufladen kann. Soweit so gut, aber wie sieht es denn preislich aus? Aktuell ist das Omen 15 in der hier gezeigten Ausstattung für 1430 Euro gelistet und auch wenn das natürlich viel Geld ist, finde ich den Preis sehr fair. Wir haben hier immerhin eine 8-Kern-CPU verbaut, die Leistung auf nahezu Desktop-Niveau raushaut und auch die Gaming-Performance stimmt einfach. Geben wir die Eckdaten mal bei Geizalz ein, also 15 Zoll, Full HD mit 144 Hz, 16 GB RAM und die RTX 2060 sieht man schon mal, dass es nicht viele Geräte gibt, die günstiger sind und alle hier gezeigten haben nur einen 6-Kerner verbaut. Für ein Notebook mit dieser Ausstattung und dem wirklich starken Ryzen 7 4800H geht der Preis in meinen Augen daher in Ordnung. Abgesehen von der Kühlung, die gerne noch etwas leiser sein dürfte, habe ich nichts gefunden, was man hier großartig kritisieren könnte. Gute Leistung, schönes Display, vernünftige Verarbeitung, genügend Anschlüsse etc. Das Omen 15 ist unterm Strich ein wirklich gutes Gerät. Und genau dieses schicke Teil möchte ich jetzt an einen von euch weitergeben. Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, musst du lediglich ein Abonnent von meinem Kanal sein und einen Kommentar hinterlassen, warum ausgerechnet du dieses Notebook gewinnen solltest. Ihr müsst da keine Romane schreiben, am Ende wird ohnehin per Zufallsverfahren ausgelost, aber ich freue mich trotzdem auf ein paar coole und kreative Antworten. Weiterhin wäre ein Like schön und ihr dürft das Video natürlich auch sehr gerne mit Freunden teilen. Das Gewinnspiel geht eine Woche, also bis zum 8.12.2020 um 23.59 Uhr und die Auslosung wird am darauffolgenden Tag gemacht. Schaut dafür gerne bei Instagram vorbei, da könnt ihr sehen, dass alles mit rechten Dingen abläuft, aber der Gewinner wird natürlich auch hier bekannt gegeben. Dann wünsche ich euch abschließend viel Glück und bedanke mich nochmal bei HP sowie Nvidia. Macht es gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.